Die Gallus RCS 330 ist in der Lage, sowohl Selbstklebeetiketten als auch Monofolienetiketten herzustellen. Bei der Verarbeitung von sehr dünnen Monofolienmaterialien können durch physikalische Einwirkungen Formatlängendifferenzen auftreten. Diese gilt es auszumessen und zu korrigieren. Die Gallus RCS 330 lässt dank ihres Antriebskonzeptes eine Formatlängenkorrektur problemlos zu. Die direkt angetriebenen Druck- und Gegendruckzylinder erzeugen gezielt minimale Geschwindigkeitsdifferenzen und korrigieren so eine eventuelle Abweichung der Formatlänge. Der Drucker hat dank dieser Korrektur die Gewähr, seinen Kunden für die Weiterverarbeitung ausschliesslich Produkte mit der geforderten hohen Präzision zur Verfügung zu stellen. Eine hohe Druckqualität ist heute selbstverständlich. Die Gallus RCS 330 geht noch einen Schritt weiter.